Jo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Bero 4 mit Raptus Hi Und wir joinen jetzt! Ja, wir wollen heute was ganz cooles machen Ja Leute, eigentlich hab ich mir vor, äh Lieben Floh und so zu snipen aber da ich mich hier ausgeloggt habe und eh hätte hinrennen müssen, lol, da bauen sich welche hoch und da hab ich einen Regelverstoß gemacht, die haben ein Haus auf Bero gebaut und, äh, ja Leute, wir dachten uns, wir joinen ein andermal hinterher und versuchen stattdessen dann jetzt einfach mal äh, im Nether eine Falle zu bauen lol, wir haben echt ein Löscher gebaut aber... ich, ich, ich schau mal eben, dass ich hier noch ein paar Äpfel rauskrieg also, beziehungsweise such die eben ähm, da sind wir brauchen... ok, Eisen haben wir genügend Flint brauchen wir für diese Falle, haben wir auch was brauchen wir denn noch so viel Zeug? Ich glaub noch Ich brauch mittlerweile mal ne Axt Ich hab ne Axt für dir, ne Stein Axt komm, lass bitte im Nether nieder, die wir das ganze zurückbauen also, ok wir brauchen Whales warte, ok warte ich, ich mach mal eben die Sounds laut waren wir schon mal im Nether? nein, waren wir nicht, stimmt waren wir doch gar nicht ok, gib mir mal eben Deckung, damit ich hier in Ruhe quaffeln kann, bitte ok ok also, wir brauchen ein paar Sticks dann brauchen wir einmal Whales zack wir brauchen ein cauldron, falls wir in die Lava selber reingeraten dann brauchen wir das hier nimm mal das ganze Food, was ich da jetzt hinschmeiße ähm, dann würd ich sagen, mach mir nochmal eben ne Kiste als Team Chest äh und noch ne Team Chest oder hatten wir nicht eine Team Chest, ich weiß nicht ähm, wir hatten noch keine Team Chests doch, in der Höhle, das haben wir abgebaut so voll pass mal bitte auf ja ich hab keinen Bock, dass ich jetzt daran verriegst so ähm, wir brauchen ein FNS hab ich nachgeguckt ein FNS äh, nen Dispenser, wie baut man den denn? ähm 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 äh äh 7 Puppestone toll das ist so hab den Werfer so da kommt das dann rein dann brauchen wir jetzt noch die Technik für äh, dann brauchen wir jetzt noch hier das ist ein Redstone-Premis so 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 Haken brauchen wir okay, wenn wir jetzt Haken haben, was brauchen wir jetzt noch? sonst nichts mehr, ne? komm, dann, dann lass da jetzt reingehen also ich denke, wir haben alles oder? ah, komm mal ähm ja, komm, wir gehen rein okay, pass auf, ich hab keine Ahnung, ob uns jemand hier eine Fall gebaut hat okay, was denn? lol hier ging's instant in das Loch runter Achtung das, das könnte eine Falle sein in den Quarz-Popp, ne? okay also hier geht's instant runter in den Labern, nicht hinten bitte ja, okay wollen wir hier? wollen wir hier direkt bauen? oder da unten, lass da unten hin bauen hier unten, komm nee, pass auf da unten ja, lass da einfach ja, ja, lass da runter gehen wenn du dich, wenn du brennst, ne, kommt sofort zu oh komm dann einfach instant zu mir ja wir müssen uns beide von Kulturen so, ich baue jetzt wie baue ich nochmal so eine Redstone Kiste? ähm, du brauchst einen Trapwire den baut man den hab ich, den hab ich, den hab ich aber wie baue ich dann die Kiste? äh, Kiste drüber, Trapwire drunter oder drüber, keine Ahnung ich guck nochmal ab hier ein bisschen ich guck nochmal ab hier ein bisschen okay, warte, dann guck ich's, dann guck ich's eben nach ähm, so, Leute ich schau's eben nach, weil wir wollen echt ne lustige Falle bauen und dann am besten die direkt umbringen warte, hoffentlich stirbt jemand dran ja, das wär geil ich schau jetzt wie man die craftet ja, das ist zwar kein Kill, aber trotzdem ist einer damit raus ja, jemand, ja doch, indirekt ist es ein Kill ja ich schau jetzt, warte, wie, wie, ich schau grad wie man die baut ah ja, ich Dummkopf ich Dummkopf, ich brauch zwei normale Kisten erstmal wieso ja, Redstone-Truhe, hat zwei, okay passt, dann kann das auch wieder weg so, hier kommen die zwei Redstone-Kisten hin also jetzt nicht mehr abbauen, bitte der Wer- oh, fuck der Werfer hab ich falsch gesetzt der Werfer das FNS kommt da jetzt rein jetzt lass das nicht mehr abbauen, aber jetzt sonst sind wir tot ich brauch nix ich bin grad Levelfahren hier im Bus ich bin aber ein Level äh, ich brauch nen TNT, mein Kart wir haben keinen Sand ja, irgendwas ich wusste, warte, ich wohl schon ich wusste, dass wir was vergessen haben es war so klar das ist einfach die Unkompetenz es war klar, dass irgendwas fehlt dann war's Team verliert man hier schneller Essen oder so? hm, keine Ahnung, glaub nicht okay okay, oh, ups die Redex-Kiste so, wir brauchen den Sand den hole ich hin ich brauch schon mal ein Schild, ne? äh, wie ein Schild? hä, wir schreiben garantiert kein Schild auf die Kiste hä, doch da können wir doch... nein, dann öffnet sie doch keiner ja, stimmt Hashtag Crap lol, das Skelett ist jetzt im Nether ich mach echt nur mit meinem Bart hä, lol also... lol, warum brennt's da? ah nein, sag mir jetzt nicht, der hat geschossen jetzt sag mir nicht, der hat grad geschossen nein doch, hat er also... Marvin, guck mal, ich nehme Bart was? guck mal nach rechts nein, warte, ich muss jetzt mal eben hier das... TNT machen sag mein... TNT-Mine-Card hab ich so, Achtung ab jetzt aufgepasst und wir setzen sie sich auf ihre Plätze so, okay dann bauen wir jetzt so da drunter wir bauen uns aber auch schön groß ja, so drei Blöcke tief war das, genau ja, so okay, ein... kann ich es nicht mehr rausnehmen? ey, kann man das Wasser aus dem Kessel nicht mehr rausnehmen? nein ach ja, das denn ähm wir waren es aber auch schön groß, dass die da garantiert nicht mehr rauskommt ja, da machen wir mal eine Koyo hm und das ist das so groß dann riss ich die Lava nein, das ist aber zu groß der Radius ist nicht so groß, warte ich hab vier Lava einmal ja, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut die brauchen wir eigentlich noch und Spitzag dafür ist jeden Moment Schrott sein ja hat noch ne Eisen, hat noch eine, hat noch eine ja war das die, war das die Abricke? ja naja, die hätten wir eh nicht mehr brauchen eben das ist gut am Nether, da geht ja mal alles so schnell ähm ähm so Leute, könntest du da mal den Amboss hinstellen? oder ähm Zauberer wo? ja, ich... ja, Verzauberer und Amboss stell die mal bitte woanders auf, falls hier was schief geht also nimm die mal so und jetzt so alter hoffentlich schießt da kein Gas ja, deswegen pass mal auf unsere Umgebung auf ähm so eine Leiter craftet man ja, dafür brauch ich dafür brauch ich mehr, oder? nein, das dürfte aufgehen zack Leiter baut man so ähm was wolltest du machen? ja ich glaube, ich pack das alles weiter nach da hast du noch ähm labwurst für mich? ähm ja, warte ja, sechs stück so ich glaube, wir müssen später aber wirklich nochmal Farben gehen ja auch wenn wir gar keinen Bock drauf haben machen wir jetzt erstmal kurz weil können wir ja nicht riskieren drauf zu gehen so so jetzt haben wir's jetzt haben wir's äh, jetzt brauch ich dein Labo einmal, bitte du Allah komm her, dann bitte leider kein nein ich hab' genügend ich hab' selber genügend ja, wir haben ja alle beide vier Stück gehabt aber am besten am besten noch welche kommen dann lassen wir hier so aus der Wand noch ein wenig rauskommen, oder? komm her gib mal bitte deinen deinen Laber einmal so so geil raptus das wird geil das wird richtig geil wenn die jemand auslöst, ne? das wird geil so hier kommt eine hin dann machen wir hier noch eine rein, würd ich sagen wieder kein Fire Aspekt du hast doch schon Fire Aspekt ja, aber für dich mhm ich will grad noch mal Fire Aspekt zu ja so 2 2 ich entlasse jetzt die Lava hier raus ups aber ich hoffe es funktioniert, ne? hier Level dann habe ich noch mal Shopless 3 und dann könnte ich Shopless 4 machen Shopless 4 kostet 10 Minuten oje hoppala ok wer jetzt die Kiste öffnet ist tot naja ich hab Bier Gaps also ich glaub ich hab die Breite etwas falsch gebaut deswegen weiß ich nicht ob man hundertprozentig tot ist aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch aber es gibt auch eine bestimmte Breite da kommt man dann nicht mehr raus und ich hoffe mal dass das so richtig ist dann lass das etwas realistisch aussehen indem wir hier am besten noch ein paar Öfen hinsetzen so in den Öfen sollte auch was drin sein am besten ich pack'n die Öfen mal ein wenig Holz so passt ok wer die jetzt öffnet wer die jetzt halt öffnet wer die jetzt halt öffnet der ist halt ohne Scheiß instant tot mhm ich baue hier ein wenig so das ist wenig FPS was ich hab grad richtig wenig FPS ok fuck ich setz hier mal ein wenig netherracken dass hier keiner runterläuft aber beziehungsweise im Notfall schnell das hält ihn vielleicht etwas auf zum Portal zu kommen wenn er da brennt so so denk ich hat man nen guten Ausblick ich komm jetzt wieder back hoppala so 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 vielleicht noch irgendwo was machen hm 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 Ja, wir brauchen aber mehr später, dass das viel zu tun ist. LOL. Hier hatte noch jemand ein Nether-Portal gebaut, das Regelverstoß. Das hat nun keiner angezündet. Das Regelverstoß. Ähm. Stimmt, Level könnten wir echt buff haben. Könnte ich mir auch noch gleich ein Power-3-Bogen machen. Hast du noch ein Power-2-Bogen für mich? Ja, ich hab meinen Power-2-Bogen. Achso, ich dachte, du hättest noch einen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so feierlich. Oh, ich hab 700 FPS-Kumpel. Und jetzt hab ich 51. Cool. Ähm. So. Aber wir werden schon gekickt, lol. Mhm. Schade. Nimm Ambush mit, ne? Und so. Ja. Ich hab noch mal Schadness-3 gemacht. Okay, ich hab alle Lava-Eimer. Jo. Du hattest gar keinen Schadness. 2? Also, aber weder mit 2 Schadness-3-Schwerter. Genau, eins mit Fire-Respect. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall mit der Folge, wenn sie euch gefallen hat. Lass eine positive Wertung, der haut rein und tschüss. Ciao.